Ich begrüße euch zu einem neuen Quick-Check-Video und ihr wisst, wenn ich so schnell rede, dann habe ich nur zwei Minuten Zeit, um euch ein neues Produkt schnell vorzustellen. Also bleibt dran, denn direkt nach dem Intro geht es bereits los. Bis gleich. Hallo und willkommen zu einem neuen Quick-Check auf Tipps, Tricks, Kurioses und Wissenswertes. Kurz gesagt, TTKW. Mein Name ist Josh Vincent und heute geht es um eine solarbeleuchtete Hausnummer. Eine Hausnummer, die ihr euch an die Hauswand machen könnt, die nachts beleuchtet ist und mit Solar betrieben wird. Wir werden die Hausnummer mal befestigen. Ich habe diese bei Aldi gekauft, die werdet ihr wahrscheinlich nicht mal bekommen, aber ich habe euch eine ähnliche Hausnummer unten mal verlinkt. Da könnt ihr mal reinschauen, wenn euch das interessiert, wenn ihr euch auch so eine Hausnummer zulegen wollt. Es ist noch etwas Montagematerial dabei, zwei Dübel, drei Schrauben und eine Platte, die man an die Hauswand festmacht. Wir werden diese jetzt installieren und mal schauen, wie diese nachts leuchtet. Kommt mit! Als erstes müsst ihr das Ganze mit einem dünneren Bohrer vorbohren, am besten einen Sechser. Dann setzt ihr euren Sternbit auf den Akkuschrauber und verwendet diese Spiral-Dübel. Und nun wird die Befestigungsplatte in den Dübeln fixiert. So, und nun müssen wir die Hausnummer nur noch einrasten lassen. Und jetzt warten wir mal ab, bis es dunkel ist und schauen uns an, wie diese bei Nacht leuchtet. Und wie ihr sehen könnt, so leuchtet das nachts. Also optimal, um die Beleuchtung zu sehen. Übrigens, es sind Aufkleber enthalten, also ihr müsst nicht die 34E nehmen, sondern ihr könnt diese Aufkleber auf die Beleuchtung aufkleben, so wie ihr sie braucht mit eurer eigenen Hausnummer. Das war mein heutiger Quick-Check für euch. Ich hoffe, ihr könnt das Produkt gut gebrauchen. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und wir sehen uns hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ciao und bis bald, euer Zusch Vinzenz. Und nun legt euch wieder hin.